Ich kann schon mal auf meinen Sieg einen Fortnite-Tanz machen. Ich bin Traitor geworden, das ist super. Aber... nur so mittelmäßig super. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft-HTT auf dem Einsuchpunkt.net-Server. Und ich nehme das direkt hier mal hinter der nächsten Folge auf. Denn ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich bin nämlich aufgrund meiner Ausbildung jetzt in Thüringen unterwegs für zwei Wochen. Und deshalb kann ich da am Wochenende habe ich da nicht so viel Zeit. Deshalb muss ich jetzt schon mal ein bisschen hier vorproduzieren, damit ich keinen Stress dann habe. Aber das interessiert euch ja eh nicht. Das Eisenschwert war, glaube ich, hier hinten irgendwo. Oder auch nicht. Ich sag mal so, irgendwo auf der Map wird es schon sein. So viel weiß ich auch schon. Im Turm war es glaube ich nicht. Aber ich brauche auch gar nicht das Eisenschwert. Ich bin so krass, ich gewinne auch ohne Eisenschwert. Anika, Kikaninchen. Kika, Kikaninchen. Also, das ist ja abscheulich. Oh, hier weiß ich, wo das Eisenschwert ist. Und das Zweite auch. Heute werde ich euch alle wegfetzen. Ich kann schon mal auf meinen Sieg einen Fortnite-Tanz machen. Ich bin Traitor geworden. Das ist super. Aber nur so mittelmäßig super. Mal gucken. Von wegen. Ist hier noch da? Nee, hier ist kein... Komm, wir machen eine Party. Im Moment hat der... Ja, der Levy-Mod. Guck mal, ich kann einen Fortnite-Tanz machen. Guten Tag, Sir. Ihr guckt mich nicht mal an. Ey, was wird denn das? Frechheit hier. So, was machen... Tja. Supersportlich kann halt nur einer sein. Mmh, yeah. Bisschen Bauchmuskeltraining oder wie man das macht. Ey, 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 ey. Nicht so frech hier. Was wird denn das? Hoppala. Ey, jetzt... Nein, ich wollte auf ein Dach. Ich kann dann die Creeper runterschießen. Du musst ja aber erst mal... Wie halt keiner in den Tester geht. Super. Oh, das... Oh, nee. Pfeile wollte ich haben. Aber mir gönnt ja hier niemand was. Also, entweder gehen wir jetzt in den Tester, machen einen Stuhlkreis oder wir können das Lagerfeuerlied singen. Ich wäre für das Lagerfeuerlied. Aber... Junge, hey. Was wird denn das? Jetzt hört man nicht frech hier. Aber auf ihn zielst du nicht. Was ist denn das für eine Diskriminierung hier? Ich sehe mich benachteiligt. Also, ich... Es wäre ja schon schön, wenn ihr mal nach unten alle gehen könntet und nicht von hier um... Ach, komm. Ich setze mich hier bei dir unten hin. Hallo. Komm, wir machen einen Stuhlkreis ohne Stühle. Wir machen einfach nur einen Kreis. Weil der Detektiv wird hier echt wirklich frech. Bin ich unverschämt. Kommt. Kommt, meine lieben Kinder. Kommt. So, jetzt mache ich hier ein paar Psychotricks. So, habt Spaß. Nein. 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 Ach, kommt schon. Ich habe jetzt nur mit einem gerechnet. Die Kinder von heute sind auch echt anstrengend zu bändigen. Muss man schon sagen. So, was spielen wir jetzt? Wir spielen jetzt den Banker mit Chrisboy25, der nicht existiert. Das finde ich super. Der Teddybär. So heiß. So sieht man sich wieder. Mein Jero Sano Mikel. Moment, mein Namensänderung. Mein Jero Sano Mikel. Okay. Nö. Sagt mir nix. Tja, ich kenne sie zwar nicht, Sir. Kenne ich sie, Sir? Ja. Woher? Das sind schon viele Videos. Das sind mir nix gemacht. Ich kenne deinen Namen nicht. Also, deine Namensänderung sagt mir auch nix. Hans am Ehre kennst du doch. Erik? Hans am Ehre. Ach so, ja. Das sagt mir was. Ja. Darf ich heute wieder Klicks auf deinen Nacken machen? Nein. Tja, zu spät. Bist schon in der Aufnahme. Hahaha. Dicke Männer sind süß. Dicke Männer sind trotzig. Was stimmt mit dir nicht? Ach mein, jetzt wollte ich ihn abschlachten. So, Moment mal. Gibt es da hinten das Eisenschwerd noch? Ne, es haben sich natürlich auch schon gekreilt, oder? Ist da hinten noch was? Ne, da hinten ist natürlich wieder nischt mehr. Ist ja assi. Und jetzt wollte ich hier mir noch einen zweiten Bogen schnappen. Damit ich doppelt so cool bin. Es war das Inventar zum Müllen. So, wer es aufhebt, ist uncool. Sag mal, was macht dann den fertig? Du stinkst. Du auch. Danke. Bitte. Was machen wir denn jetzt? Tü, 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 tü. Ich back mir den Kakao. Nein. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Nein, nein. Oh Gott. Nein, hier ist er. Nein, hier ist Endstation. Nein. Ach, komm schon. Was ist denn das? Wir hatten das hier gebaut. Mal ganz im Ernst. Das ist doch echt nur zum... Das ist einfach nur zum Reinlegen. Das sieht so schön aus, als ob man da durchkäme. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Corona. Ne, das Wort muss ich rauskappen. Oder muss das inzwischen... Ne. Das wird ja inzwischen wieder monetarisiert. Das ist schon länger. Ach, das ist ja schön. Ne, ich hab keins. Haut rein, abonnieren, Glock aktivieren und ciao, Leute. Bis dann. Mirada. Bis zum nächsten Mal.